Ja, nach den Kurznachrichten zu Corona und so weiter wird es dann gleich darum gehen, den eklatanten Bildungsmangel, der eigentlich die Ursache von allem ist, zum Thema zu machen. Aber wie gesagt, erstmal kurz die Kurznachrichten, die passend zu unserem Tagesbild hier. Ja, kann man so lassen. Ja, also Kurznachrichten. Es wird gesprochen in den Medien von Corona-Ausbruch. So als ob, da wird quasi auch wieder wahrscheinlich alles aus Unwissenheit, aus Bildungsmangel heraus, weil man sich nicht auskennt im medizinischen Bereich, übernimmt man vielleicht sozusagen irreführende Formulierungen oder Irrtümer, die Medizinprofessoren geäußert haben, übernimmt man eins zu eins und denkt sich nichts größer dabei. Aber in Wirklichkeit mit so einem Wort wie Corona-Ausbruchs suggeriert man so Dinge wie sozusagen, dass da jetzt plötzlich lauter Leute gerade elendiglich sterben würden wie bei Ebola, dass es aus ihren ganzen Körperöffnungen bluten würde und sie gerade wirklich vor sich hin verrecken würden und so weiter. Das suggeriert das, aber die Realität ist genau das Gegenteil. Es wird von 2000 Infizierten geredet und wird überhaupt kein einziger erwähnt, der dadurch krank geworden sei. Also müssen wir davon ausgehen, 2000 Infizierte, null Kranke, das hat nichts mit einem Ausbruch zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wo man viel testet, kriegt man auch viel falsch positive Testergebnisse sozusagen. Und wenn jetzt lauter Infizierte, wenn da 2000 Infizierte sind, was weiß ich, rund um die Fleischfabriken und so weiter, dann würde es doch völlig ausreichen, wir würden die Alten und die anderen Risikogruppen, alles was Risikogruppen ist, schützen. Wir müssten doch eigentlich die sozusagen, wir können doch nicht Millionen Menschen einsperren, nur um dann damit die Alten und die chronisch Kranken und die Immunschwachen draußen rumlaufen können, frei draußen rumlaufen können, können wir doch nicht die ganze Volkswirtschaft ruinieren. Es muss doch so sein, wie es immer vernünftigerweise eigentlich gemacht wird, dass die Alten und den Risikogruppen empfohlen wird, sich selber zu schützen und selber die Möglichkeiten, Viren abzubekommen, zu reduzieren. Das würde doch reichen. Aber stattdessen scheint es so zu sein, als wollte es man das so machen, die ganzen Kinder, Jugendlichen und jungen Leute und die, die einigermaßen gutes Immunsystem haben, die sperrt man ein, zerstört die ganze deutsche Volkswirtschaft, leitet einen wirtschaftlichen Abschwung ein, ruiniert das ganze Land, damit die Alten und Immunschwachen und chronisch Kranken und Mehrfachkranken rumlaufen können und dem Virus nicht begegnen. Ja, das ist ein Selbstmordprogramm für Deutschland. Ja, es müsste genau umgedreht sein, nämlich, dass den Alten und chronisch Kranken und Risikogruppen empfohlen wird, sich zu schützen und ansonsten muss der Rest den Niedergang Deutschlands, den volkswirtschaftlichen Niedergang Deutschlands verhindern. Dann wird sogar das Wort Erkrankungen gebraucht, wo überhaupt keine Erkrankung vorliegt. Also da sieht man, wie weit der Irrtum geht. Da wird einfach leichtsinnig nicht unterschieden zwischen einem Testpositiven und Erkrankungen, was ein Riesenunterschied ist. Tja, und dann Testpositive kann man wahrscheinlich so viele finden, so viel man will. Ich brauche doch nur unendlich viel zu testen, dann habe ich unendlich viele Falsch-Positive Testergebnisse und dann kann ich immer irgendein Theater machen, sozusagen. Ja, Deutschland wird insgesamt immer dümmer. Das heißt aber hier wieder überall Bildungsmangel, weil wir nicht beurteilen können, der Bildungsmangel, weil wir nicht beurteilen können, was die Medizin für ein System ist. Ja. Nirgends sind irgendwo Kranke in den öffentlich-rechtlichen Medien. Es ist eine unendliche Schaumschlägerei wegen ein paar Testpositiven. Und es ist ein völliges Verweigern von der Thematisierung eines immunstärkenden Lebensstils. Also man übernimmt quasi eins zu eins die Sichtweise der pharmazeutischen Industrie und der Medizinindustrie, die natürlich beide kein wirtschaftliches Interesse daran haben, gesunde Ernährung, gesunden Sport, gesunden Lebensstil zu verkaufen, sondern Medikamente zu verkaufen, Tests, Impfungen und so weiter. Also unsere gesamte Öffentlichkeit übernimmt einfach, lässt sich einfach von einer kommerziellen Industrie sagen, wie sie die Welt darzustellen hat. Und die Medien machen das dann einfach so. Ob da natürlich, dass da natürlich auch Freundschaften vorliegen, wenn zum Beispiel die ganzen Fernsehsender einen Großteil ihrer Werbegelder aus der pharmazeutischen Industrie, sie kennen alle diese Werbespots, befragen sie ihren Arzt oder Apotheker. Also wenn ein Großteil der Gelder bezogen wird von der pharmazeutischen Industrie, entstehen natürlich zwangsläufig Freundschaften sozusagen und Sympathien und Evolutionsprozesse, die sozusagen zu freundschaftlichen Tendenzen führen. Das sieht man ja auch an den ganzen Medizinwerbesendungen im Fernsehen. Da dürfen also Vertreter, das ist so ähnlich, wie wenn ständig in irgendwelchen Sendungen Vertreter von McDonalds uns erklären dürften, wie gesunde Ernährung geht. Und genauso sind in vielen Fernsehsendungen Vertreter der kommerziellen Medizinindustrie sozusagen und dürfen uns so informieren, dass wir mit größerer Wahrscheinlichkeit als Kunden in ihren Praxen landen sozusagen und in ihren Krankenhäusern landen. Ja, das ist also sozusagen, aber auch das beruht natürlich auf dem riesigen Bildungsmangel. Ja, dann wird im Moment so eine Art Hetzjagd gemacht. Ja, wie gesagt, alles ohne böse Absicht. Unsere Medien, Großmedien übernehmen einfach die Sichtweise der Medizinindustrie und der pharmazeutischen Industrie 1 zu 1. und da wird dann also über den Joker, also über den Weltranglisten Ersten in der Tenniswelt, Djokovic wird sozusagen gesagt, ja, der ist positiv, ja, als wäre es ein HIV-Positiver, also sozusagen als Stigma. Also das ist quasi, das bewegt sich schon dahin, dass wer jetzt testpositiv ist, sozusagen, dass der dann schon jetzt so eine Art Stigma verpasst kriegt, wie, ah ja, der HIV, der ist HIV-Positiv, Gefahr und so weiter. Ja, also das ist, da laufen völlig verrückte Prozesse, aber weil eben wir, die Menschheit nicht in der Lage ist zu verstehen, wie gefährlich die Medizin und pharmazeutische Industrie für unser aller Leben sind, sozusagen. Ja, den Medien kann man da keinen Vorwurf machen, das ist ja, das machen ja alle. Die Politik übernimmt ja 1 zu 1 alles, was die Medizinindustrie sagt und will, ja. Also das Ganze sozusagen, ja, und woran liegt das? Naja, weil wir sind eine Bildungswüste. Also eigentlich haben wir einen riesigen Bildungsmangel und Intelligenzmangel. Genau genommen fängt alles damit an, dass wir vor ca. 30.000, nach Ansicht einiger Forscher, ein Gehirnvolumen von 1500 Millilitern hatten. Also ich gehe mal auf das entsprechende Bild, wo ist es, hier ist es, nee, hier ist es. Also vor 30.000 Jahren hatten wir das Maximum erreicht, an Gehirngröße, an Gehirnvolumen 1500 Milliliter. Die Menschen waren auch insgesamt groß und stattlich, groß, schlank, stattlich sozusagen. Und ja, wir hatten eben sozusagen, ja, das Maximum des Gehirnvolumens erreicht. Seitdem wurden wir durch die Einflüsse unserer verrückten Welt immer dümmer. Das heißt, wir haben jetzt nur noch durchschnittlich 1350 Milliliter Gehirnvolumen. Das heißt, wir sind immer dümmer geworden durch zwei Faktoren, die wir ja auch in den letzten Sendungen erwähnt haben. Unsere gesamte Ernährungssituation und die ganze toxische Situation auf der Erde führt zu einem Gehirnschwund, Gehirnschädigungen, psychischen Schädigungen, psychiatrischen Schädigungen und so weiter. Also das heißt, hart gesagt, die Menschheit verblödet, ja. Und dazu gehört natürlich auch dieser eklatante Bildungsmangel, ja. Und gehen wir doch mal sozusagen, und das Dilemma ist, all die, alle möglichen Leute, die hier auch sozusagen aufgeführt sind, ja, wo sind sie denn, ja, die wir immer wieder aufführen, sozusagen. Das sind alles mehr oder weniger Leute, die wollen an der Welt rumdoktern, haben aber eigentlich einen riesigen Bildungsmangel. Also, und wie gesagt, das sind noch die Besten der Besten, sozusagen. Alles andere, was wir nicht mehr erwähnen, es hat so einen riesigen Bildungsmangel, dass es sich gar nicht mehr lohnt, über die überhaupt nur ein Wort zu verlieren, ja. Das sind jetzt also die, über die es sich überhaupt noch lohnt, deren Namen in den Mund zu nehmen, ja. Und, ja, schauen wir uns das doch mal an, hier, mit dem Bildungsmangel, ja. Also, unsere Kinder, also die Bildungssituation sieht so aus, sozusagen, dass die Welt zersplittert ist, die universitäre Welt nicht bemüht ist, ein Gesamtbild der Wahrheit über die Welt und über die Menschheit sozusagen zu lehren und zu erforschen und so weiter, sondern zersplittert ist in winzige Unterabteilungen, sozusagen. Ja, also, all diese Personen wollen irgendwo an der Welt rumdoktern, haben aber in der Bildungswüste dieser Erde sozusagen überhaupt kein Grundlagenwissen dafür, ja. Dazu kommt eben noch diese Ganze, also das Ganze ist also sozusagen eine riesige Degenerations- und Dekadenzerscheinung der Menschheit, ja, dass eben sozusagen, ja, sozusagen überall alle denken, sie könnten an der Welt rumdoktern und überhaupt keine Ausbildung, keine Bildung haben, nichts haben. Jeder, der mal drei Worte gelesen hat, meint, er wäre schon gebildet und so weiter, ja. Also, das heißt, schauen wir es uns mal an. Gehen wir jetzt mal ein bisschen vor, systematisch vor. Was für ein Bildungsmangel haben wir überhaupt? Also, erstens, das ist nicht so wichtig, aber, also erstens sollte jeder ein Gefühl haben für die riesigen Zeiträume, in denen die ganze Evolution des Universums abläuft und die riesigen Dimensionen unseres Universums, in dem unsere Galaxie nur ein Staubkorn ist und unsere Erde nur ein, und unser Sonnensystem nur ein winzigstes Staubkörnchen in einem unendlich riesig großen Universum ist, ja, und wo wir alle so unbedeutend sind, wie so schön eine Arte-Sendung sagte. Wir sind ein unbedeutendes, winziges, unbedeutendes Ding in einem riesigen Gesamtgebilde und so weiter. Und vor 13,7 Milliarden, 8 Milliarden Jahren begann alles nach Ansicht der Physiker mit so etwas wie einem Urknall, ja. Und also das hier, was ich hier entlanglaufe, sind riesige Zeiträume, ja. Und dann vor circa 10 Milliarden Jahren entstand als eine von Hypermilliarden Galaxien unsere unbedeutende Galaxie Milchstraße und vor 5 Milliarden Jahren darin unsere völlig unbedeutende Sonne mit dem Sonnensystem sozusagen und dann mit der Erde und so weiter. Und dann vor circa 4 bis 3 Milliarden Jahren begann die Evolution der DNS, der Desoxyribonukleinsäure, also dessen, was wir heute Leben nennen, also sich replizierender oder sich vervielfältigen können, der Moleküle, ja. Und da haben die meisten schon riesigen Bildungsmangel, dass sie überhaupt kein Gefühl haben dafür, mit was für Zeiträumen und was für Dimensionen wir es zu tun haben und wie unbedeutend hier und winzig sozusagen diese Erde mit den paar Menschlein und so weiter ist und so weiter. Das ist erst mal das Gefühl für die Dimensionen zu kriegen. Da ist der Bildungsmangel. Das wird in den Schulen nicht vermittelt, ja. Und alles weitere natürlich auch nicht. Und dann sozusagen passieren unheimlich viele Dinge, aber ich will ja sie nicht belasten mit Dingen, die nicht zwingend nötig sind. Wir wollen ja nur das Minimum lernen, ja. Und hier ist es dann so, vor 65 Millionen Jahren, wo ist das dann? Das wäre hier irgendwie ganz dicht dran. Also hier vor 65 Millionen Jahren. Ich springe jetzt also mal und mache einen Riesenzeitsprung. Ich springe quasi hier von 4.000 bis 3.000 mal eine Million Jahre. Also von 4.000 Millionen Jahren springe ich auf 65 Millionen Jahren und bin jetzt hier bei 65 Millionen Jahren. Ja, also quasi auf gestern. Da ist zeitgleich, ungefähr zeitgleich mit einem riesigen Kometeneinschlag sind die großen Dinosaurier ausgestorben, die also verhindert haben, dass aus den Säugetieren was Größeres werden konnten. Und seitdem haben dann die Säugetiere sich von Mausgroßen, Rattengroßen und Springhörnchengroßen Lebewesen langsam sozusagen die ganze Erde erobert. Und denn wir sind ja auch ein Säugetier und einige davon liefen auf den Bäumen entlang und passten sich immer besser nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion an das Baumleben an. Und so, dass wir dann hier, da sind wir dann hier vor 13,8 Millionen Jahren, ich ziehe das wieder auf, vor 13,8 Millionen Jahren laufen wir so, ja, ich gucke mal nach dem Bild hier, auf den Bäumen rum sozusagen, aber eher mit einem leicht noch eher Gorilla-ähnlicheren Aussehen. Das sieht mir so Schimpansen-ähnlich aus, mit großen Eckzähnen, also Rivalenkampf. Gorillas sind Haremshalter, das heißt also sie verteidigen ihre Frauen mit großen Eckzähnen und großer Körpergröße gegen alle anderen Männer sozusagen. Also ein eifersüchtiges Sozialsystem mit Gewaltbereitschaft sozusagen. Ja, und dann lief die Evolution weiter, indem wir auf den Bäumen das Aufrechtgehen immer besser lernten, dann auf die nach und nach Richtung Boden uns bewegten. Also wir haben ja dann so 7 Millionen, 6 Millionen, 5 Millionen, 4 Millionen Jahre, da geht es immer mehr auf den Boden, ja, in die Savanne nach und nach. Und dann, vor 4 Millionen Jahren passiert etwas Entscheidendes, da haben die Leute wieder den Bildungsmangel, dass sie Professor Friedemann Schrenk nicht zuhören, dem berühmtesten Paläoanthropologen in Deutschland, Schluck Wasser. Spätestens vor 4 Millionen Jahren haben wir diese gewaltanzeigenden, eifersuchtsanzeigenden Eckzähne verloren sozusagen, haben also ein völlig neues Sozialsystem entwickelt, dass er sozusagen analog der Bonobos gewesen sein dürfte in dieser Zeit. Die Bonobos sozusagen liebevolle, kooperative, hochkooperative, hochsoziale Verwandte von uns sozusagen, nur, dass die eben auf den Bäumen leben mit Fell und wir uns dann so langsam Richtung Felllosigkeit evoluierten. Also weil wir in der Savanne eben joggen können mussten und schwitzen können mussten und dabei das Fell störte. Also ich denke so vor 1,7 Millionen Jahren und so weiter. In dem Dreh müssten wir dann auch das Fell verloren haben. Aber entscheidend ist eben, dass erst einmal das Verlieren der Eckzähne ist ganz entscheidend für die Evolution des Menschen. Und da haben wir alle, das sind wie eine Bildungswüste. Das weiß praktisch fast kein Mensch, weil man einfach Professor Friedemann Schrenk, weil man der Wissenschaft nicht zuhört, weil unsere Lehrer keine Beziehung zur Wissenschaft haben und so weiter. Also wir sind halt eine Bildungswüste Welt in der gesamten Welt. Ja, und vor 2,5 Millionen Jahren haben wir mit unseren Hauptmerkmalen zwei Hände, die nicht mehr zum Klettern gebraucht werden, sondern sich spezialisieren konnten auf Entwicklung von Technik. Ja, also aufrechter Gang, später Felllosigkeit. Wir sind also der zweite Felllose Bonobo, mit der seine Hände im Gegensatz zum Bonobo völlig frei evolutionär entwickeln konnte für die Technikherstellung. Also und das begann vor 2,5 Millionen Jahren mit Steinhämmern und Steinmessern, die hergestellt wurden. Und daraus wurde dann unsere moderne Technik und das liegt daran und nur dadurch konnte dann auch das Gehirn anfangen zu wachsen. Also das große Gehirnwachstum konnte erst nach der Erfindung der Technik so richtig loslegen, Ja, weil eben nur durch Technik mit den zwei freien Händen kann man immer mehr Nahrung sich beschaffen, die ein immer größeres und damit riesige Mengen an Energie fressendes Gehirn ernähren konnte. Ja, und das war der Ablauf, dann vor 400.000 Jahren sind wir jetzt dann, dann steigen wir ein, ziehen wir das groß auf, hier wäre 400.000 Jahre, ich mache es größer, ich gehe hier hin, 400.000 Jahre und vor 400.000 Jahren, ich zeige das jetzt nochmal an den Bildern, da machen wir also den nächsten Gang dann weiter. Also, also vor 13,8 Millionen Jahren gorillamäßig, dann so vor 6, 5, 4 Millionen Jahren immer mehr aufrechter Gang, sozusagen immer noch relativ kleines Gehirn, und dann vor 4 Millionen Jahren verlieren der Eckzähne, neues Sozialsystem, kooperativer, sozialer, friedlicher, Richtung Pazifismus gehendes Sozialsystem, und hier, das könnte, ja, vielleicht vor 2,5 Millionen Jahren, hier könnte wahrscheinlich so ungefähr die Erfindung der Technik liegen, vor 2,5 Millionen Jahren, oder der Beginn der Technikentwicklung, und dann haben wir hier vor 400.000 Jahren wahrscheinlich einen hochentwickelten, aufrechtgehenden, mit Felllosigkeit, mit hochentwickelnden Händen für Technikherstellung und Techniknutzung, ja, und mit einem Gehirnvolumen, das wahrscheinlich, ich vermute mal, dass das da vor 400.000 Jahren schon bei 1200 Milliliter, so ungefähr, plus, minus, das interessiert mich jetzt nicht, wie es ganz genau ist, aber so in der Größenordnung gelegen haben könnte. Und dann bricht uns etwas das Genick, was dann allerdings nicht verhindert, dass wir noch größer und stattlicher wurden, und noch dann vor 30.000 Jahren das Maximum von 1500 Milliliter erreichten, weil die Schädlichkeit dessen, was wir vor 400.000 Jahren dann erfunden haben, nicht sofort zu einem Abbrechen der Kurve und zu einer Degeneration der Menschheit und zu einer Dekadenz der Menschheit geführt hat, sondern erst einmal nur geringe Schäden verursacht hat. Und das hat noch ermöglicht, dass die Kurve noch ein bisschen weiter steigen konnte, hier 1500 Milliliter, und danach jetzt erst wieder abgestiegen ist. Und wir heute zwar so rumlaufen, aber immer mehr so kränklich werden und so osteoporotisch, dass wir irgendwann alle am Ende wieder mit dem Rollator gebückt da vor uns hinschleichen und mit zerstörten Knochen und zerstörter Gesundheit, weil die Evolution unserer Ernährungsindustrie immer mehr krankmachende und psychisch krankmachende und gehirnschrumpfende Mechanismen hat. Wir haben also jetzt schon nur noch ein Gehirnvolumen von 1350 Milliliter und sind dabei, weiter abzusteigen, weswegen wir also wahrscheinlich nicht aussterben werden, sondern in einem ewigen Kreislauf des Leidens enden werden sozusagen und immer den gleichen Mist wieder machen, weil wir einfach zu dumm sind, um aus diesem Kreislauf aussteigen zu können. Ja, schauen wir es uns mal an. Schluck Wasser. Also vor 400.000 Jahren, was ist passiert? Wir haben ein paar Erfindungen. Vor 400.000 Jahren ungefähr die Erfindung des Tausches. Dann muss danach irgendwann der Tauschhandel erfunden worden. Praktisch damit verbunden, Tauschhandel, also Arbeitsteilung und Markt sozusagen. Und dann hier vor 40.000, 30.000 Jahren ungefähr Erfindung des Geldes. Und man sieht, dass gerade da dann die besondere Degeneration der Gehirne auch dann anfing. Also die Erfindung des Geldes hat dann wahrscheinlich damit schon auch die Auswirkung gehabt, dass es dann sozusagen, dass wir immer verrückter und immer mehr degeneriert sind. Und ja, was hat der Tauschhandel bewirkt? Ich mache diesmal, ich habe ja schon tausend Beispiele gemacht. Ich mache heute nur eines, damit man ein Beispiel dafür hat. Da ein Beispiel, was ich selten gemacht habe in letzter Zeit. Ach, da ist stimmt was nicht. Na. Ja, nehmen wir nur ein Beispiel für Millionen Beispiele. Das ist das Grundprinzip nach der Erfindung des Tauschhandels, das Grundprinzip des Marktes. Ja. Hier dieser Früharzt und Frühhändler erzählt, ach ist das toll, dass ihr alle so liebevoll miteinander umgeht. Und ja, er erzählt, wie die Menschen sich besuchen, die Nachbarkommunen sich pazifistisch besuchen, wo ihre Enkelkinder leben und da so im Umkreis, im gewissen Umkreis sie immer wieder mal auch Besuche machen zu den befreundeten Gruppierungen. Man leiht sich gegenseitig Dinge. Man ist kooperativ, man ist pazifistisch kooperativ. Und er sagt, ach ist das schön und so weiter. Ja, und der hier, der hat irgendwie Sprachprobleme, der kann die Sachen nicht richtig übersetzen, der irrt sich. Dieser Früharzt und Frühhändler ist der Erste, der sich also nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion zwangsläufig irgendwann mal irren musste. Und der erzählt lauter Geschichten so, ja, die von Diebstahl handeln, von Raub, von Mord, von Gewalt. Irgendwie erzählt er lauter solche Geschichten, die gar nicht vorgekommen sind, aber er erzählt solche Geschichten. Und die Leute hören ihm zu, kriegen Angst, fangen an, selber gewaltbereit zu werden, die Sachen nachzuahmen, kaufen ihm viel von seinen Steinexten ab, von den Waffen ab und so weiter. Oder fangen selbst an, sozusagen, ja, potenziell gewalttätig zu werden und selber Straftaten zu begehen, weil sie ja dieses Vorbild so oft gehört haben, weil sie im Sinne des Modelllernens aus der Psychologie oft diese Modelle, Verhaltensmodelle, so oft jetzt vorgeführt bekommen haben. Und hier, der verkauft eben sehr viele Steinexte und kann hier deswegen zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und wird dann eben der Begründer einer Großfamilie, der Waffenhändler zum Beispiel, ja. Und so funktionieren alle anderen Teile des arbeitsteiligen und marktwirtschaftlichen Systems. Alle Behörden funktionieren so, weil es dort auch Arbeitsteilung gibt. Alles, was arbeitsteilig Markt ist und Tauschhandel ist, funktioniert alles nach dem gleichen Prinzip. Es tauchen irgendwann vorteilbringende, gewinnbringende und karrierefördernde Irrtümer auf und diese setzen sich durch, breiten sich aus, weil sie zu einem größeren Karriere- und Geschäftserfolg führen und dann mit dem Geschäftserfolg und mit dem Reichtum der Irrtumsträger breiten sich diese Irrtümer aus und führen zu einer Gehirnwäsche der Menschheit, weswegen die Menschheit sozusagen total zerstört ist, ja. Und dann, was passierte jetzt also sozusagen? Nochmal eine andere Geschichte hier. Dieser Früharzt und Frühendler sagt, ja, ist ja toll, dass ihr alle so ständig schmust in euren Bonobo-kommunistischen Kommunen da vor 400.000 Jahren und so weiter, auf 300.000 Jahren. Also, ist ja schön, dass ihr das alles so macht, schön anzuschauen, während der hier sagt, ach, ist das alles ekelhaft, widerwärtig, unmoralisch, unkeusch und außerdem werdet ihr alle krank davon, hört damit auf und so weiter, ja. Und das bedeutet also jetzt, dass die Leute anfangen, Angst zu bekommen vor Sexualität und Körperkontakt. Jetzt beginnt die Phase der Körperfeindlichkeit und der Sexualitätsunterdrückung und der Verklemmtheit in der Welt, sozusagen. Und dadurch werden die Leute unglücklich und werden konsumsüchtig und kaufsüchtig und kaufen dem Händler seinen ganzen Müll ab, sozusagen, ja. Weil sie jetzt konsumsüchtig und kaufsüchtig und shoppingsüchtig werden und Ersatzbefriedigungen für nicht gelebtes Leben mehr brauchen. Und dadurch hören jetzt auch die Männer auf. Vorher haben die Männer alles den Frauen, wie bei den Bonobos, alles den Frauen und Kindern geschenkt. Und es gab damit auch keine Schere zwischen Arm und Reich, die sich geöffnet hätte. Konnte es nicht geben, weil ja die Männer alles den Frauen und Kindern schenkten. Und jetzt hörten die Männer natürlich, die waren jetzt sexuell nicht mehr befriedigt und machten jetzt ihr eigenes Ding und wurden akkumulations- und machtsüchtig. Und dadurch endete die ganze pazifistische, liebevolle, friedliche Ära. Und wir wurden sozusagen zu den unglücklichen, elendiglichen, zu Kriegen aufgehetzten Horrormenschen von heute, sozusagen, ja. Ja, schauen wir weiter. Ja, und dann zu den ganzen gewinnbringenden Irrtümern und zu all den Irrtümern gehörten dann auch, ja, zum Beispiel Kriegsideologien wie die Ideologie, Bürgerkriegsideologien wie die Ideologie von Marx, von Karl Marx, der zum Beispiel dann sozusagen die Reichen beschimpft hat als böse Ausbeuter, Mehrwertabschöpfer und so weiter. Und dann entstand das Feindbild, die bösen Reichen. Und dann wurden die umgebracht. Dadurch verdienten die Waffenhändler natürlich wieder mehr und so weiter, durch solche Ideologien, indem sie mithelfen, solche Ideologien zu verbreiten, sozusagen. Und daraus entstand auch die Idee irgendwie, dass alle Menschen gleich seien, ja, irgendwie alle Genies seien, alle gleich seien, obwohl die Evolution sozusagen, ja, Charles Darwin wird ignoriert. Überall haben wir Kreationisten, die also an alles Mögliche glauben, nur nicht Wissenschaft hören. Und denn Darwin hat uns ja gelehrt, Darwin und Wallace haben uns ja gelehrt, dass sozusagen hier, Schluck Wasser, dass die Evolution ein Ungleichheitsgenerator ist, ist also eine Mechanik, die systematisch Ungleichheit generiert, sodass wir auch heute einige Leute haben mit 2 Liter Gehirnvolumen und mit sehr großer Klugheit und einige Erwachsene haben mit 900 Milliliter Klugheit. Also die Menschen verstehen auch nicht, also einerseits, wenn ich jetzt sage, okay, wir haben das Down-Syndrom, die Trisomie 21 und da sind die Leute vielleicht gerade noch in der Lage zu verstehen, dass so jemand dann ja wohl geistig behindert hat, ist und wohl ein IQ, was weiß ich, ich habe keine genaue Ahnung, 50 oder 60 hat in den Tests oder so. Und, aber sie sind sich nicht klar, dass das eigentlich nur eine stufenweise graduelle Geschichte ist, ja, die verschiedenen Formen der geistigen Behinderung, der Schwachsinnformen und so weiter, sind ja alles nur genetische Varianten oder Genomvarianten sozusagen, die sozusagen, ja, sich normal verteilen. Es gibt eben die geistig Behinderten, die Schwachsinnigen und so weiter, es gibt die wenig Intelligenten, es gibt die durchschnittlich Intelligenten und es gibt die weit überdurchschnittlichen Intelligenten, alles verteilt sich im Sinne der Normalverteilung, also da haben die Leute auch alle den Bildungsmangel, dass sie das nicht wissen und dass es eben normalerweise bei Bonobos zum Beispiel so ist, dass praktisch alle Kinder, die geboren werden, von Männern aus diesem Bereich sind und nicht von Männern aus diesem Bereich, sodass also sozusagen die Evolution sinnvollerweise überall Mechanismen in den Organismen sind, die dafür sorgen, dass die fähigsten Männer die Kinder in den Kommunen bekommen und eben nicht die unfähigsten, auch wenn alle liebevoll in einer liebevollen Kommune leben und ganz viel Liebesleben haben oder so, aber die Körper der Frauen sind also genetisch so konstruiert, dass sie den Zugang zu den Eizellen, nur den Spermien von Männern aus dem Hochleistungsbereich sozusagen ermöglichen und wir haben es aber geschafft, dass wir sozusagen ganz viele Kinder, ganz viele Menschen, ganz viele Nachkommen aus dem unqualifizierten Bereich haben, aus dem wenig kompetenten Bereich, aus dem bildungsfernen Bereich und dadurch kommt es also zur Dekadenz und zur Zerstörung, das heißt, unsere Gehirnen schrumpfen aufgrund von Ernährungsvergiftungen, Umweltvergiftungen und anderen, also diese ganzen schädlichen Einflüsse der Marktwirtschaft zerstören unsere Gesundheit und führen zu Hirnschwund, zu Gehirnschäden und so weiter und eben genetisch bekommen nicht die mit den größten Gehirnen die meisten Kinder, sondern eben im Gegenteil wahrscheinlich eher die mit den kleinsten Gehirnen die meisten Gehirnkinder, deswegen haben wir in der Summe aus allen Faktoren mittlerweile ein Gehirnvolumen von nur noch 1350 Millilitern, das heißt also, wir sind ja letztendlich auf dem Weg zur totalen Degeneration und das bedeutet nicht, wie manche so hoffen, dass die Menschheit jetzt schnell ausstirbt, sondern nur, dass sie einfach sozusagen immer primitiver wird und deswegen immer noch mehr Leid und Elend und Kriege und Gewalt und all das Schlimme und Krankheit und so weiter immer mehr werden wird. So, das ist der Gang der Dinge, so wird das wohl laufen, denn irgendwie habe ich den Eindruck, das lässt sich nicht aufhalten, weil die Menschen hier mit ihren 1350 Milliliter Gehirnvolumen schon so bildungsfern sind und so denkunfähig, dass sie sozusagen da die Kurve gar nicht mehr kriegen können. Nun, wollte man die Kurve bekommen, wissen natürlich die nextscientistsforfuture.de selbstverständlich, wie man die Kurve bekommen könnte und wieder in diese Richtung gehen könnte und dann in diese Richtung weiter, also hier sozusagen 1500 Milliliter Gehirnvolumen, 1600, 1700 Milliliter Gehirnvolumen, was ja dringend nötig wäre, ja, das könnte man machen, aber ich fürchte, die Menschheit packt das nicht. Dazu ist die Menschheit geistig schon zu degeneriert und das Gehirn ist schon zu degeneriert, der Gehirnschwund, der toxische Gehirnschwund, die Ernährungsdummheit sozusagen und die Ernährungspsychosen, man spricht ja von Ernährungspsychiatrie, Felis Czaka wurde ja, Frau Professor Felis Czaka wurde ja gezeigt bei Arte und so weiter, alles lang bekannt, dass diese Zusammenhänge, ja, was müsste man tun, na, also die Next Scientist for Future vom Weltrat, hier vom World Council, ja, was müsste man tun? Man müsste hier die Marktwirtschaft beenden, man müsste quasi zum Beispiel mit Einführung einer Wohlfühlstimme, als neue Wahlstimme dafür sorgen, dass nicht mehr die vorteilbringenden Irrtümer, also dass die vorteilbringenden Irrtümer ersetzt werden durch vorteilbringende Wahrheiten. Also die gewinnbringenden Irrtümer müssen ja irgendwie ersetzt werden durch gewinnbringende Wahrheiten und durch karrierefördernde Wahrheiten. Und wie ersetzt man diese evolutionäre Ausbreitung von Irrtümern durch die Ausbreitung von Wahrheiten? Na, indem eine Wohlfühlstimme über alle Verdienstzuschläge aller Beteiligten entscheidet und die Gesundheitsdaten noch mit dazu genommen werden, also Kurzformel, wenn mein Supermarktleiter und Rostrestaurantleiter und mein Hausarzt mir hilft, dass ich mich wohler fühle in der Welt, also mein Wohlbefinden besser wird, ich bessere Wohlfühlstimmen abgebe und meine Gesundheitsdaten besser werden, ich zum Beispiel nie Krebs bekomme und viele andere Krankheiten, die vielleicht in meiner Familienvorgeschichte liegen und eigentlich dort sehr häufig waren oder so, wenn ich die alle nicht bekomme, dann bekommen die alle Verdienstzuschläge und werden Marktführer und dafür, um das zu erreichen, müssen sie sich die Wahrheiten unterrichten lassen von den Next Scientists for Future, die über alle entsprechenden Wahrheiten verfügen und dann würden sich diese Wahrheiten ausbreiten und innerhalb kürzester Zeit hätten wir die ganzen Irrtümer raus aus der Welt und wir würden eine gesunde Gesellschaft bekommen und eine gesunde Welt bekommen mit Umweltschutz und was auch immer, was allem dazugehört, denn gute Wohlfühlstimmen gebe ich nur ab, wenn ich auch eine saubere, wohlbefindenfördernde Umwelt um mich herum habe, frische Luft, sauberes Wasser, saubere, ja, essbare Parklandschaften, Gemüsegärten um mich herum, also wenn ich in einer, in einer schönen, pflanzenmäßig schönen Umwelt lebe, dort die frische Luft atme, frischen Sauerstoff und so weiter, dann, also das heißt, dadurch würde die gesamte Wirtschaft ein Interesse an meiner Gesundheit und meinem Wohlbefinden haben, während im Moment die Marktwirtschaft über Mensch und Umwelt hinweg walzt, wie eine Planierraupe, die alles plattwalzt und alles kaputt macht, ne, ja, das wäre eigentlich schon die ganze, ganze Lösung, das heißt, dann würden auch die Männer wieder irgendwann anfangen, in, in den ersten Kommunen, die sich vielleicht freiwillig bilden, von einigen, einzuziehen und würden wieder alles den Frauen und Kindern schenken, die Schere zwischen Arm und Reich würde sich wieder total schließen, ja, und wir hätten also sozusagen, ja, ein, wieder, würden wieder unseren Bonobo-Kommunismus leben, wer, wer natürlich will, bleibt Single, bleibt Monogam, lebt in seiner religiösen Gemeinschaft, kein, alles, alles völlig frei, aber es werden auch einige in Kommunen leben und in diesen Kommunen wird sich dann wieder Lebensqualität, Lebenslust und Lebensfreude ausbreiten, ja, ja, so, und jetzt haben also all diese, diese Leute hier, ja, so, haben also all diese Leute hier lauter, wo haben wir es, ja, also lauter aufgrund ihres riesigen Bildungsmangels, da sie von diesen ganzen, von alledem, was ich jetzt die letzte Zeit gerade geredet habe, überhaupt keine Ahnung haben, nicht die mindestere Ahnung haben, da sie einen riesigen Bildungsmangel also haben, also diese allgemeinwissenschaftliche Bildung ihnen völlig fehlt, sozusagen, entwickeln sie natürlich lauter Konzepte, die auch auf so einfache Dinge nicht Rücksicht nehmen, ja, ich habe es ja eben gesagt, dass also unser Kapitalismus, sozusagen, unsere Marktwirtschaft, natürlich ein kriegerisches Phänomen ist, ich habe ja eben die gewaltverherrlichenden Geschichten geschildert, und die Kriegsverherrlichenden und so weiter, der Waffenhändler und so weiter, und dass es deswegen also eben erst mal zu berücksichtigen gilt, wir als Europäer müssen dafür sorgen, dass es uns nicht wie den Indianern und den Indios geht, die abgeschlachtet wurden, in dem Fall von uns Europäern, und wir müssen darauf achten, dass es uns nicht wie Saddam Hussein und dem Irak geht, und Gaddafi und Libyen, die also abgeschlachtet wurden, durch den Kapitalismus, durch die Marktwirtschaft, sozusagen, und dafür brauchen wir, müssen wir leider, können wir jetzt nicht sofort auf die natürlichen drei Stunden Arbeit pro Tag zurückgehen, sondern müssen noch leistungsfähig bleiben, solange bis kein einziger Staat der Erde mehr kapitalistisch und damit kriegslüstern und angriffslüstig ist, sozusagen. Also wir brauchen immer noch Hightech, wir brauchen noch Hochleistungsfähigkeit, sozusagen, und mit der Einführung der Wohlfühlstimme würde ja ein riesiges Wirtschaftswunder beginnen, und da gehören ja noch 20 weitere Reformen dazu, ich kürze ja einfach nur drastisch ab, aber wir würden 500 Milliarden pro Euro plus machen pro Jahr, wir könnten Deutschland und wenn ganz Europa mitzieht, das Ganze, die United States of Northern Europe, wieder zur Nummer eins in der Welt machen und wären dann geschützt vor Eroberungsversuchen durch andere Staaten, ja, und dann, was man eben auch, wir müssen uns klar sein, im Moment ist es noch wichtig, wo wir in der Weltrangliste der Staaten stehen. Staaten, die weiter unten stehen, denken wir an Saddam Hussein, an Gaddafi und so weiter, die werden halt jederzeit mal platt gemacht und da werden halt mal die Leute abgeschlachtet, ne, und deswegen ist es wichtig, ganz oben zu stehen in der Weltrangliste. Und das vergessen hier diese Leute hier. Viele davon haben kein Gefühl hier dafür, dass wir erstens Hightech bleiben müssen, um wehrfähig bleiben zu müssen, zu sein, und dass wir, dass Europa sehr hart daran kämpfen muss und daran sozusagen in der Weltrangliste wieder auf Position eins zu kommen in der Welt. Und da haben diese Leute, viele davon einfach nur viele Träume, die auch zum Beispiel unsere letzten fähigen Leute noch aus dem Lande raustreiben werden. Ich denke an Sarah Wagenknecht oder Rainer Mausfeld oder Kevin Kühner, die mit ihren Strategien sozusagen oder auch das bedingungslose Grundeinkommen, all diese Mechanismen würden in dieser Form, in eines großen bedingungslosen Grundeinkommens, über ein kleines, über ein mini bedingungsloses Grundeinkommen kann man diskutieren. Aber ein großes Grundeinkommen würde, genauso wie die anderen genannten Namen, also würden die letzten fähigen Leute aus Europa und aus Deutschland raustreiben, sodass wir dann also ganz kaputt wären. Und was muss also letztendlich als dringlichstes geschehen sozusagen? Lesen Sie sich diese Namen in Ruhe durch. Ich stelle nochmal nach unten hier, da können Sie sich nochmal alles in Ruhe durchlesen. Ja, also was muss als dringlichstes letztendlich geschehen? Das ist auch etwas, worüber niemand spricht. Wir müssen also die Gehirnschädigung, müssten wir stoppen, die Gehirnschädigung durch die ganze Ernährungsindustrie und die Umweltverschmutzungen müsste aufhören und wir müssten dafür sorgen, dass hier Kinder bekommen worden werden und natürlich in den 20 Reformen ist das natürlich alles drin, fertig, alles endfertig drin, alle Konzepte liegen fertig vor, wie man eben sozusagen das macht, dass eben wir wieder die Weltspitze werden durch fähige Kinder, die wieder Innovationen entwickeln, die Arbeitsplätze entschaffen, die Unternehmen aufbauen, Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Und wir müssen eben dafür sorgen, dass wir möglichst hier keine Kinder haben. Und aus aller Welt Zuwanderung, ja, wenn jemand so leichtsinnig ist, dass er, obwohl er genetisch angepasst ist, wir verstehen das wieder als Weltkugel hier, dass er eigentlich auf den äquatorialen Bereich oder die Äquatorialnähe genetisch angepasst ist und geht dann in den Norden oder in den Süden und riskiert damit Gesundheitsschäden, ja, wenn das jemand will und er kommt zu uns und er bringt hohe Leistungsfähigkeit mit, herzlich willkommen. Wenn er sich dann ja, wenn er dann Kinder mit jemandem aus der Ursprungsbevölkerung bekommt, dann sinkt ja auch von Generation zu Generation das Gesundheitsrisiko da, der fehlenden Anpassung an den Norden sozusagen, wird sich dann relativieren oder wird sich reduzieren nach und nach. Also multikultige Erne, aber nur im Hochleistungsbereich und nicht im unqualifizierten Bereich. Da fing ja das Elend schon an, mit dem, damals hieß es die Gastarbeiter und so weiter, dann kamen die ganzen Flüchtlings- und Migrationswellen und so weiter und nirgends wurde geguckt, handelt es sich um die Qualifiziertesten oder handelt es sich um Unqualifizierte und Unqualifizierte werden dann sozusagen Europa ruinieren, ja, denn je mehr Unqualifizierte und wenn die dann Kinder bekommen und so weiter, dann geht ein Kontinent kaputt. Also diese Degeneration ist zwangsläufig, ja, und das heißt also, im Moment sieht alles so aus, dass wir diesen Degenerationweg weitergehen, ne, also am Ende landen wir alle am Rollator und sind so ernährungszerstört, dass wir, dass unsere Knochen nicht mehr halten und wir dann sozusagen gekrümmt und mit Buckel und so weiter am Rollator entlang schreiten und strunzdumm sind und strohdumm und primitiv und Kriege machen, Gewalt und alles, ja, das wird wohl die Zukunft sein, ne. Ja, wie gesagt, wenn wir das aufhalten wollten, müssten wir also mit den Milliardärskönigen und der politischen Kaste reden, also mit den Mächtigen, mit den Königen unserer Welt, den Milliardärskönigen und den Politikkönigen reden, müssten ihnen sagen, hier, wir wollen euch gar nichts wegnehmen, wir wollen euch über die Wohlfühlstimme und die über die 20 anderen Reformen wollen wir euch zehnmal mehr Gesundheit geben, zehnmal mehr Lebenslust schenken und eine zehnmal mehr Langlebigkeit schenken, ja, also zehnmal mehr natürlich in dem Sinne, wir wollen uns den 127 natürlichen Lebensjahren das Menschen wieder nähern, von denen uns ja unsere ganze krankmachende Marktwirtschaft abhält. Also liebe Milliardärskönige und Politikkönige, ihr bekommt von den Reformen ganz viele Geschenke und weil nämlich die Wohlfühlstimme euer Lebensglück verbessert, eure Gesundheit und eure Langlebigkeit ganz drastisch verbessert, ne. Und so könnten wir das hinkriegen und während hingegen diese Leute hier, alle, viele davon hier machen folgendes, die sagen quasi, liebe Milliardärskönige und liebe Politikkönige, wir wollen euch eigentlich nur was wegnehmen. Wir wollen euch nichts geben, wir können euch nichts geben, wir haben das Know-how nicht. Wir wollen euch einfach nur alles wegnehmen und damit sollt ihr gefälligst einverstanden sein. Und das wird halt nicht passieren, ja. Deswegen, und wie gesagt, und das sind noch die Sachen, die wenigstens noch Teilwahrheiten beinhalten und teilweise gute Teilansätze. Alles andere können Sie völlig vergessen, also wenn Sie was zusätzlich zu den nextscientistsforfuture.de und so weiter zu dieser Senderfamilie studieren wollen, dann eben wenigstens diese Leute. Alles andere ist dann so im Bereich völlig bildungsfern, völliger Bildungsmangel, völlig nutzlos. Ja, dann war es das mal wieder jetzt für die jetzige wissenschaftliche Tagesschau. Auch heute. Tschüssi, bis bald.